Fußball-Holics, aufgepasst! Mbappé wurde spektakulär bei Real Madrid vorgestellt, mit emotionalen Worten und einem herzlichen ersten Treffen mit seinen neuen Blankos-Kollegen. Aber Real will weiter auf Jagd gehen. Alexander-Arnold aus Liverpool und Leni Joro stehen im Visier. Was passiert nun mit Sancho nach dem Friedensgipfel, mit Ten Hag? Und dann gibt's noch Neuigkeiten zu Osim Hen, Aubameyang, Matisse Thäl, Alvaro Morata und Lukaku. Das und noch viel mehr gibt's jetzt bei unseren aktuellen Fußball-Holics-Schlagzeilen. Teile die Top-News mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Los geht's! Mann, Mann! Was für ein Drama! Nach dem Copa America-Sieg von Argentinien gegen Kolumbien tauchte ein Video auf, in dem Enzo Fernandes und seine Kollegen ein rassistisches Lied über die französische Nationalmannschaft singen. Bei Chelsea ist jetzt richtig Ärger angesagt. Besonders die französischen Spieler sind mega sauer auf Enzo. Der französische Fußballverband plant sogar rechtliche Schritte. Wesley Fofana von Chelsea hat das Verhalten als unverhohlenen Rassismus bezeichnet. Enzo kehrt bald zur Vorbereitung auf die Premier League zurück. Mal sehen, ob bei seiner Ankunft die Fetzen fliegen werden. Der englische Fußballverband überlegt, einen Interimstrainer zu ernennen, um Pep Guardiola als zukünftigen Englandmanager zu gewinnen, falls er 2025 Manchester City verlässt. Nach Southgates Rücktritt nach der EM-Final-Niederlage gegen Spanien schmiedet der Verband bereits Pläne. Guardiola hat Interesse an einer internationalen Trainerrolle gezeigt, insbesondere für Brasilien. Und weniger Interesse daran, Spanien zu trainieren. Der U21-Trainer Carsley könnte die Rolle vorübergehend übernehmen, während man auf Pep wartet. Und weiter geht's jetzt mit den Transfer-News von Fabrizio Romano. Alvaro Morata hat bestätigt, dass er Atletico Madrid verlässt und zu AC Mailand wechselt. Er meinte, dass er nicht mehr 100% für Atletico geben kann und es besser ist, jetzt zu gehen. Atletico kassiert 13 Millionen Euro Ablöse. Morata unterschreibt einen Vertrag bis 2020. Er hat sich schon von seinen Teamkollegen und dem Trainerstab verabschiedet und macht bald den Medizin-Check bei seinem neuen Verein. Weiter mit Pierre-Emerick Aubameyang, der kurz vor einem Wechsel von Olympique Marseille zu Al-Ahli in die Saudi-Pro-League steht. Aubameyang wird Marseille verlassen, um sich einer neuen Herausforderung in Saudi-Arabien zu stellen. Der Vertrag zwischen Aubameyang und Al-Ahli ist bereits ausgehandelt. Allerdings steht die genaue Ablösesumme noch zur Diskussion. Die saudische Liga zieht immer mehr internationale Stars an. Und Aubameyangs Wechsel ist ein weiteres Zeichen für diesen Trend. Viktor Osimhen könnte Napoli im Sommer verlassen. PSG hat ein Auge auf ihn geworfen, aber nur, wenn sie einen ihrer aktuellen Stürmer verkaufen. Auch Chelsea zeigt Interesse, allerdings müsste die Ablösesumme und die Gehaltsforderungen gesenkt werden. Eine weitere Option für ihn könnten die finanzkräftigen Klubs aus Saudi-Arabien sein. Sollte er tatsächlich Napoli verlassen, hat der Verein schon einen Hauptkandidaten für seine Nachfolge im Blick. Romelu Lukaku Napoli plant, Lukaku unter Conte wieder zu vereinen. Conte und Lukaku hatten bereits bei Inter erfolgreich zusammengearbeitet und könnten dieses Erfolgsrezept nun bei Napoli fortsetzen. Natürlich steht Nico Williams weiterhin im Mittelpunkt heißer Transfergerüchte. Barcelona will den Deal mit Williams schnell über die Bühne bringen, weil Premier League Vereine nach seiner beeindruckenden EM ein Auge auf ihn geworfen haben. Barcelona lässt nichts unversucht, um Williams zu sichern. Sie planen, ihm ein Vertragsangebot zu machen, das die anderen Vereine aussticht. Wir bleiben dran. Mason Greenwood steht kurz vor einem Wechsel zu Marseille. United hat dem Deal bereits zugestimmt, jedoch dauern die Gehaltsverhandlungen noch an. Der Trainer von Marseille, de Serbi, setzt sich intensiv für den Transfer ein und drängt auf eine schnelle Einigung. Was für ein emotionaler Moment! Julian Mbappé wurde im ausverkauften Santiago Bernabeu als neuer Realspieler vorgestellt. Der Wechsel von PSG war ein wahrgewordener Traum. Er dankte Präsident Perez und allen Unterstützern. Zidane überraschte ihn, was seine Mutter zu Tränen rührte. Mit der Nummer 9 will Mbappé in La Liga und der Champions League durchstarten. Mbappé erwähnte auch, wie sehr ihm seine neuen Teamkollegen wie Aurelien Chouameni, Eduardo Camavinga und Vinicius Junior geholfen haben. Sein Ziel? Alle Titel gewinnen, inklusive des Ballon d'Or. Das ist mal eine Ansage. Er will sofort zeigen, was er kann. Trotz seiner Nasenverletzung bei der Euro arbeitet er intensiv an seiner Fitness. Er hofft, bis zum Superpokalspiel am 14. August bereit zu sein. Die Vorbereitung startet am 31. Juli mit Spielen gegen AC Milan, Barcelona und Chelsea. Wir freuen uns auf seinen ersten Auftritt im Real-Trikot. Kaum wurde Mbappé vorgestellt, arbeitet Real Madrid schon an den nächsten großen Verpflichtungen. Sie haben sowohl den 19-jährigen Verteidiger Leni Joro von Lille, als auch Liverpools Trent Alexander-Arnold im Visier. Real plant, ihr Angebot von 17 Millionen Pfund für Joro zu erhöhen. Joro, der bei vielen Top-Klubs gefragt ist, zeigt Interesse an Real. Manchester Uniteds Angebot von 50 Millionen Euro wurde von Lille akzeptiert. Doch eine Einigung mit Joro steht noch aus. Parallel dazu will Real Madrid Alexander-Arnold verpflichten, der wegen Jürgen Klopps Abgang und dem Wunsch nach Veränderung offen für einen Wechsel ist. Erik Ten Hag gibt Jadon Sancho bei Manchester United eine neue Chance. Nach einem Streit und einer Laie zu Borussia Dortmund ist Sancho überraschend ins erste Team zurückgekehrt. Ten Hag betont, dass United gute Spieler wie Sancho braucht und der Streit nun beigelegt ist. Sollte Dortmund ein gutes Angebot machen, könnte ein Wechsel dennoch möglich sein. Noch vorgestern haben wir euch von den Gerüchten über Thäl erzählt. Nun ist es klar. Mathis Thäl bleibt beim FC Bayern. Er hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Vincent Company. Sein Berater betonte, dass Thäl sich auf Bayern konzentriert. Das war's für heute, Fußballholics. Die Transfergerüchte kochen und die nächsten Wochen und Tage werden zeigen, wie sich alles entwickelt. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den möglichen Transfers haltet. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Updates mehr verpasst. Bleibt dran, wir sehen uns bald wieder mit den heißesten Fußball-News. Adios, amigos! Bis zum nächsten Mal.